so ich hoffe mal das hier funktioniert jetzt so ein klein wenig besser weil aus irgendeinem grund wie gesagt mir release wollte nicht mehr so wirklich ich weiß nicht warum ehrlich gesagt nein nicht achten ich muss da gleich mal gucken was dann ich will ps eventuell habe ich auch warte mal ich bin mir gerade nicht mehr sicher ob ich das wirklich noch auf normal hatte aus dem auf dem nvidia nvnc encoder auf mp4 das wäre natürlich sehr interessant ehrlich gesagt dann wüsste ich woran es liegt naja aber das ist jetzt mal egal was ich brauche ist naja wo ist meine holzkohle da ist meine holzkohle nein falsches ding da muss das zeug rein um etwas energie für den hier zu machen warum brauche ich energie ganz einfach die sand brauche ja wozu brauche sand das jetzt zu erklären da steht das ist eigentlich so was eigentlich nehmen was ich gut drauf ich mich schnellstmöglich will ist dass das das dingens die spitzeige von blatt magic plus ein gutes ja das nicht irgendwas sondern ich will das bound bound pickaxe haben die macht nämlich gigantisches zeug weg was mining angeht und dann brauche ich eben noch ein so gott der dritte wie auch immer das argmage blatt ob das heißt den gold block die ganz plus noch das ritual zum bein ding und am besten noch das well of suffering die beiden wären so in etwa das was ich bräuchte und naja das erfordert eben ein klein wenig zeug unter anderem dem enge glas die ich einfach mal hier machen wäre gott sei dank habe ich die öse nicht weil ich musste noch ein bisschen um modellieren und muss man wieder immer solche nähungen alles anfangen kommt alles noch was das hier nochmal der kinetik dynamo den könnte ich mir eigentlich gucken zu machen und ich schnellstmöglich überhaupt irgendwie an strom kommen damit kann ich mir das windrad nämlich irgendwann ein baum hängen ich meine bin hier auf 77 das ist natürlich okay ich müsste das ding natürlich irgendwo über 100 hängen was zu einem kleinen problem werden könnte aber das klären wir noch irgendwie ja was ich nämlich jetzt brauche ist gold und eisen und eben das stück glas für den sacrificial ob damit ich mir zumindest schon mal das erste blatt auch machen kann kommen gibt ja so dann wird hier wird hier und wird hier so einmal der tier da dann ich gehe kaputt so das war es schon das nächste was brauche sind die brot habe ich das irgendwo habe ich das alles gefressen da ist es sehr gut ja jetzt drin keine ahnung bestimmt 1000 nee das war das doch gar nicht ich idiot quatsch wie war das noch mal mit dem blatt ob diamant war es okay 2000 naja da müssen wir eventuell noch ein bisschen warten bis bei das ja komplett haben ja und da man sich in ruhe gelassen wird machen wir das hier noch ein bisschen jetzt muss schon mal gucken wo ich jetzt war ich habe keine ahnung mehr na gut ich meine nicht das was die aufnahme angeht ich meine was dingens bummens angeht release obs und das ist die falsche ansicht details oh gott ja ich weiß ich bin immer sehr 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 gut dabei welche ist jetzt die richtige doch die hier 3 3 watt 3 3 20 da ist das war angst was naja egal wo war ich dran ich brauche noch ein ofen und ich brauche immer so wenn schon hier ok dann sollte ich am besten schon mal damit anfangen das heißt wir brauchen nein das nicht wir brauchen erstmal stöckchen stöckchen plus gibt gleich das hier dann brauchen wir noch ein bisschen die da sind sie doch die in das schon haben sieht wo tue ich sehen wo tue ich sehen ich tue nach hier naja wie gesagt ich brauche ja erstmal am anfang ein paar was brauchte ich jetzt noch ja es ist ziemlich schwer am anfang mein kopf zusammenzuhalten ich weiß da bin ich ziemlich gut drin den idea diamanten brauchten wir ja so die ja der kommt dann samt anderem zeug nehmen da also blut da rein und dann sollte ich eigentlich auch rausbekommen ja nein vielleicht kommt jetzt macht doch endlich braucht das wieder lange ist das schön ach so ne warte der ist ja noch ein bisschen langsamer naja das hatte ich vergessen und da muss ich auch nicht dabei sein also können wir das weglassen ähm so wir haben jetzt 53 mal sand das kommen wir als glas verarbeiten was haben wir noch eine smelterie drinnen ähm nur das alubrass und das brauche ich eventuell noch ähm ja der ofen ähm zu dem raum nicht was das jahr der präter interessant ähm ja nee den brauchte ich nicht ich brauche das ding hier das ist das richtige was ich brauche ähm ähm redstone brick das ding und äh eine goldkei ist das ne ja okay das heißt wir brauchen wieder eine ganze menge zeug ähm eisen plus thin macht gleich das hier und das eben plus glas und eisen dann macht es das hier dann brauche ich noch clay ähm wenn ich welche hätte ja da haben und darf man muss jetzt tricks machen acht stück ähm so acht die da oben rein dann nehmen wir uns wieder das blatt ob zurück und hey wir haben ein blatt ob ja dass das muss ich erst mal ne warte das tun wir unten mal rein zusammen mit dem hier da kann ich momentan noch äh bisschen drauf warten ich muss erst mal meine ärzte richtig hinkriegen ähm und die kleine baumfarm hinzukriegen wäre natürlich auch schön das problem ist ich glaube wenn ich hier ein ding ins aufstelle ich habe hier im umkreis von was weiß ich 500 blocks kein blätter mehr äh wäre natürlich nicht so schön ähm koch komm bist du langsam ähm na egal was brauchte ich jetzt noch ich brauche eine goldkei das heißt ähm eisen da rein zusammen mit redstone ist meine liebe goldkei ist meine liebe goldkei und dann brauchte ich noch zwei kopperräder ich meine das wären zwei kopperräder gewesen äh was war in der mitte eisen ähm die copperdinger die brickdinger das ding habe ich ja das wäre es eigentlich schon äh dann das hier das hier die bricks kommen noch das nach da und redstone nach da oben war das doch jetzt noch mehr ähm ne komm gib mich gib mich bricks 3 shit bricks ähm naja fast ähm ach gott ich hasse die sollten dass sie so langsam sind ne und mit hassen meine ich das wirklich ich hasse sie ähm wozu brauche ich diesen blast von es präter das ist sehr interessant ich weiß es nicht ich mag es nicht wenn ich etwas nicht weiß das ist immer sehr bedrückend in anführungszeichen ähm so den hätten wir da jetzt auch äh der hier kann dann das hier machen und den output davon der nein der kommt dann nach hier ähm so perfekt oh das war gleich ein bisschen gepustet ähm okay hier ist kein wasser mehr drin das heißt wir machen den hier äh so das soll jetzt wieder wasser drin sein und gut ähm wo war ich dran immer ist wenn ich nicht mehr genau ähm ich brauchte kabel äh das heißt wow oh ah da haben wir so äh wie machst du die ganze nochmal copper plus stick okay ähm ich brauch trotzdem clay naja egal äh ne das ist elektron wir machen copper plus stick ähm copper plus stick wow wir haben vier coils dann brauchen wir noch ein paar davon das war copper plus hart und clay hart und clay hart und clay hart und clay das ist das hier ach Frau fluchte kacke ähm 1 2 3 4 5 6 7 8 so ähm das wäre dann schon mal alles die müssen wir auch da rein tun ähm dann brauchen wir noch einen schluck copper ähm ja den haben wir natürlich jetzt nicht mehr das heißt 1 2 3 und dann tun wir das ganze Dingen da rein hier da kann man das ja alles nämlich etwas schneller braten äh zumindest was erz angeht ne und wir verdoppeln sie natürlich was natürlich auch prima ist hier verdoppeln wir kommen jetzt auch mit dem Pulverizer aber ähm man weiß was ich meine denke ich mal ähm ja äh so oh apropos irgendwas schönes heute Post ist ähm naja sehr gut ehrlich gesagt denn äh aus irgendwelchen Gründen wurde meine Sendung mal fehlgeleitet und konnte nicht zugestellt werden Sendung wurde umadressiert und Empfänger weitergeleitet sehr interessant ehrlich gesagt ähm hatte ich noch nie hatte ich wirklich noch nie äh also das war oder das ist noch immer sehr merkwürdig warte noch drauf ich bekomme nämlich ein Raspberry Pi Kit ähm womit ich dann anderes Zeug machen kann so nebenbei und ja ich habe ein Raspberry Pi da läuft eine Website drüber und ähm suchst die mich viel anderes wie zum Beispiel eine LED äh binäre Uhr äh einfach mal so ein Nebenbei-Projekt was ich da angefangen habe ziemlich interessant ehrlich gesagt ähm hallo lol eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht gib mir endlich das Kopper du blödes Ding hier ah ok siehste schimpfen bringt's ähm naja zumindest meistens hier braucht's aber noch sehr sehr lange aber was soll's zumindest funktioniert's halbwegs ähm na komm mach hin ähm ja danke sehr äh was wollte ich jetzt ah ja genau ne das hier dann das dann das hier rein und wir haben Connectors sehr gut als nächstes das das mit Kabel verbinden und äh das hier müssen wir dann eventuell nicht neu einstellen sondern ich brauche einfach nur ein Zahnrad ähm sowas brauche ich eins zwei drei vier danke sehr ein bisschen Koppel drumrum äh eins und zwei dann brauchen wir das hier plus Eisen dann haben wir den Schlüssel so und dann kommt nämlich das nach da das Ding nach oben so jetzt haben wir endlichst das hier aufgesetzt yay wir haben viel geschafft pfuh ähm ja äh gut jetzt kann ich zumindest schonmal Glas und Erz und alles automatisch machen das ist gut ähm nur ja okay das ist gerade noch im Laden ne also von daher alles okay im Normalfall dürfte das Engine das hinkriegen wie gesagt 20 und 40 sind 60 das hat 80 Output von daher sollte eigentlich wunderbar funktionieren jetzt brauche ich bloß noch eine Pumpe die da automatisch Wasser rein tut naja werde ich auch noch irgendwie hinkriegen ähm Betonung liegt auf irgendwie äh aber jetzt für das erste wie gesagt erstmal Glas drinnen und danach kommt noch Erze rein und so ein Zeug und ähm naja wir werden sehen wie das ausartet ich denke mal nicht allzu gut ähm wir nehmen uns noch das Zeug das kommt nämlich hier das nächste was ich kein Blei geschmolzen habe und das wäre es dann erstmal von meiner Seite ich bedanke mich recht herzlich für's zu sehen hoffe ich euch hat die Folge gefallen wenn ja lass mir doch ein Like und Abo da ich sollte öfters mal Luft holen und äh ja nächste Folge gucken wir dann dass wir noch ein Engine dahin kriegen äh dann ein paar mehr Gerätschaften und ähm ja das äh Windrad aufgesetzt bekommen tja das ist eine Menge die ich vorhabe noch und ich brauche noch mehr Erze von daher ähm euch bis dato noch ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal bei Weckno Industries äh bye bye